Hallo liebe Leute, in diesem Video erkläre ich euch und bringe euch die Ujjayi-Atmung bei. Die Ujjayi-Atmung ist eine Yoga-Technik, die in den meisten Yogastunden, auch in meinen, verwendet wird. Die Ujjayi-Atmung hat die Funktion oder unterstützt dabei, den Atem zu verlängern, in der Aus- sowie in der Einatmung. Sie stimuliert das parasympathische Nervensystem, das heißt sie trägt zur Entspannung bei und sie wärmt den Körper von innen herauf aus. Auf! Anhören tut sie sich so. Wenn wir in Ujjayi-Atmung verwenden wir die gleiche Muskulatur, wie wenn wir flüstern. Deswegen flüstern wir jetzt das Wort Hallo gemeinsam. Hört zu! Hallo! Jetzt du! Flüstern das Wort Hallo! Genau, sehr gut! Im nächsten Schritt üben wir und lernen wir die Ujjayi-Atmung. Ich zeige vor und erkläre und dann machst du nach. Erste Stufe. Mit offenem Mund machen wir den Flüsterton. Schaut so aus. Jetzt gemeinsam mit offenem Mund im Flüsterton ein- und ausatmen. Zweiter Schritt. Mund offen in der Einatmung und geschlossen in der Ausatmung. Gemeinsam mit dem Flüsterton öffne den Mund. Schließen. In der dritten Stufe bleibt der Mund in der Ein- und Ausatmung geschlossen und du machst dazu den Flüsterton. Ich zeige vor. Jetzt gemeinsam. Lass die Augen geschlossen. Mach noch drei Atemzüge in Ujjayi. Zähne. 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 Et voilà! Das ist die Ujjayi-Atmung. Übete sie, sodass du sie jedes Mal perfektionieren kannst in der Stunde und zu deinem Besten einsetzen kannst. Namaste, bis bald, deine Barbara.